Wir müssen doch nur zu diesem komischen Dreckswasser hin oder was, wo wir eben waren oder wie oder was. Ich hab dich jetzt schon wieder verloren, keine Ahnung. Ich werd richtig wahnsinnig, ne? Wo bist du? Ich versuche unser Zeug wiederzufinden. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, was du jetzt hier hast, aber... Du bist trotzdem weg? Ja, ich bin weitergegangen, ne? Ich will unser Zoch wiederfinden hier. Zoch? Wo sind wir denn überhaupt langgelaufen? Meine Güte, ey. Ich hab unser Lut wieder. Nein, hast du nicht, Alter. Du laberst scheiße, Digga. Weißt du, bist du dir sicher, dass du überhaupt in die richtige Richtung läufst? Nö. Das war an so einem Dreckswasser, oder nicht? Ja. Ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott. Ich hab unsere Sachen wiedergefunden. Hol mich zu dir, schnell. Nein, hier steht der Ruhrensohn. Was? Hier steht der Batzter, der uns abgeworfen hat. Hol mich zu dir. Nein, du läufst in die richtige Richtung, aber der schießt mich gleich wieder ab, der Bastard. Ja, ich werd wieder abgeschossen, heilige Scheiße. Nein, ich will jetzt nicht nochmal sterben, ey. Wenn du mich jetzt nochmal verrecke, dann bin ich im Arrenluss. Okay, soll ich dich jetzt einfach hierher holen? Ich hol dich jetzt hier. Ich hab dich sogar schon. Lauf nicht in die Richtung. Stopp, stopp, stopp. Der steht da hinten. Siehst du den? Ja, ich bin grad sogar schon zu dir gelaufen. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber wo ist mein Luthier? Wo ist mein Luthier? Du bist da hinten gestorben. Wo? Da hinten, aber der steht da die ganze Zeit und... Ich lauf um ihn rum einfach. Das kannst du nicht machen, Alter. Da hast du doch direkt zerknacht, oder was? Nein. So wie ich gleich zerknacht bin, wenn das so weitergeht. Ich bin im Arsch, ne? Ich bin wieder im Offizier gefickt. Von hinten, aber richtig durch. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du's geschafft, oder wie? Ja. Easy. Du hast meine Sachen eingesammelt, 100%. Ja. Ja, ich hab deine Sachen eingesammelt. Oh, nee. Nee, das war keine Absicht. Du warst ne Scheiße. Sammel du mal meine auf, dann können wir das wieder tauschen. Ja, wo bist du denn jetzt überhaupt wieder? Ich find dich jetzt schon wieder überhaupt nicht mehr, ne? Ich weiß, ach, hier hinten, oder was? Hast du den umgebracht, das Vieh? Ich hab nicht mal ein Schwert im Eventar. Okay, und was sind meine Sachen? Ja, die liegen hier. Au. Okay, mein Freund, das kriegt er richtig auf die Fresse, Alter. Pass mal. Ob du voll vom Ertrunkenen aufgespieß. Ich hab ihn umgebracht. Kannst du mich zu dir holen? Ja, jetzt sind unsere ganzen Sachen durcheinander. Ich werd wahnsinnig, ey. Ich komm nicht mehr klar, ne? Ja, ist jetzt deine Schuld. Ja, was sind jetzt meine Sachen? Das sind meine. Jetzt hast du meine. Aua. Du hast meine eingesammelt. Du hast meine eingesammelt. Ich muss erst mal kurz gucken, hier, wenn wir ein Schwert im Eventar ziehen. Aua. Tolle Forst, ey. Aua. Ich werd hier angegriffen. Helf mir doch mal, wo bist du? Ich hab jetzt auch so einen Dreizack, ne? Ich hab den eben bekommen, weil ich den umgebracht hab. Ja, greif die Tiefen mal an. Hier, Schweine, Kinder. Ein Witz zum Wegwerfen. Raisi hat in Fortschritt einen Witz zum Wegwerfen erzählt. Hey, Reise. Greif ich die? Hast du gehört? Ja. Was ist das? Greif ich die? Hallo, was ist das? Du hast die Errungenschaft einen Witz zum Wegwerfen erzählt. Au. Du hast Milch getroffen. Ja, die, 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 die laufen, die Dinger halt hinterher. Du musst doch auf irgendwas schießen. Du hast ihn auf mich geworfen, ich hab's genau gesehen. Der läuft's hinter dir her, der Arsch. Na komm, jetzt treffe ich den kleinen Bissger. Putz, hat er's gesagt. Jetzt sagt das richtig knach. Du wirst verfolgt, glaub ich. Knach, knach und... Pass auf! Deckung! Deckung! Da ist er weg. Den Enderman da hinten treffe ich auch noch, oder? Kann ich mir rennen? Ah, jetzt schon. Also, reise ich. Ich würd' sagen, wir gehen jetzt zurück in unser Haus. Ja, was ist das hier? Das macht echt Spaß mit den Dingern weg. Wir müssen jetzt unseren Loot wieder aufteilen. Ja, lass ihn zurücklaufen. Jetzt liegen überall diese Dinger rum. Wir müssen jetzt nur die Rüstung tauschen. Ich schläg dir einfach alles hin und du suchst dir aus, das in deinem Inventar war und der Rest in mich. Das passt so. Okay. Ich schläg daheim jetzt alles hin. Aber es ist jetzt nichts mehr passiert, oder? Die letzte halbe Stunde. Halbe Stunde, du haste da nicht mehr alle, oder was? Nee, aber die letzten paar Minuten ist nichts mehr passiert, oder? Und davor ist ja konstant alles 2 Minuten, was passiert. Ja, stimmt, da hast du recht, ja. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal wieder so, weil das war echt Abfuck des Jahrhunderts, ey. Wo bist denn du? Ich bin direkt hinter dir. Ich versuche dich jetzt hier nur ein bisschen zu beschützen von den Drecksviechern, weil ich habe ja so einen dicken Dreizack jetzt hier bei mir parat, ne? Hast du einen dicken? Oh, da geht das schon los. Pass mal auf hier. Der ist abgemorxt. Da ist richtig Kalamba im Hänger, ey. Au. Da ist es aber Wumms gemacht. Digga, was ist denn hier los, Alter? Jetzt ohne Scheiß. Wo ist, wo war der Creeper jetzt überhaupt? Wir sollen echt aufhören, uns so oft zu einem hinzutepen, ne? Das ist echt. Oh, da steht noch einer, warte. Jetzt hast du fast mich abgeworfen, weil ich schon zwischengelaufen bin. Irgendwie ist unser Inventar durcheinander. Nee, echt jetzt? Ja, natürlich. Weißt du, dass es noch viel schlimmer ist? Hm? Wieso beide jetzt hier gefangen sind, dieser Villa, ne? Das ist für mich ein Problem. Weil ich mich da ins Bett gelegt habe. Jetzt haben wir unsere Hauptbase einfach verloren. Das Ganze, was wir erbaut haben, ist jetzt einfach kaputt, ey. Aber wieso läufst du denn auch? Wieso schläfst du denn auch da? Bist du doof? Ja, mein Gott, ich drück auf Respawn und auf einmal legt er sich dahin der Skacken, ey. Ich weiß auch nicht, was er gemacht hat da. Oh, wir sind beim Haus. Oh, du bist eine Rettung. Ich weiß nicht, ob das eine Rettung ist. Ich glaub, dieses scheiß Haus ist verflucht. Du sagst eine Rettung, Alter. Seitdem wir hier drin waren, ist es verflucht einfach, dieses scheiß Spiel. Nicht! Nein! Nein, Spaß ist aufgebaut. Ich höre, dass da nix ist, hä? In der 30-Malle bist du da auch durchgelatscht. Hat das gescheppert? Oha. Wir haben es hier oben ja richtig schön. Ey. Und wo haben wir jetzt... Bis darauf, dass hier... Alle verflucht sind, das ist eigentlich ganz schön. Ja, das ist auch schön, das Haus hier. Aber wo ist überhaupt die Küche? Unten. Dann sehen wir den Erzbereich. Für zwei Personen natürlich sehr hervorragend. Wir sind aber trotzdem verflucht. Nee, glaub ich nicht. Wie findest du keine Sprung? Also dieses Unheil hab ich jetzt nicht mehr. Hast du's nicht mehr? Nee, das ist Futsch. Ach, seitdem hat's auch aufgehört. War das das? Ja. Seitdem ich tot bin, haben wir jetzt nichts mehr hier rum... Aber wie haben wir das bekommen? Was ist uns passiert? Ja, wahrscheinlich, weil wir hier eingebrochen sind. Dann haben wir uns die Dinger hier verflucht mit ihrem dreckigen Unheil da. Krass. Oha. Aber das war voll cool. Irgendwie war's lustig. Aber das ist aber auch gut, ey. Voll cool. Wir haben zwar alles verloren. Wir sind jetzt hier in unserer Hauptbase. Und alles Kacke. Aber das war voll gut. Ey, es war so klar, dass du, dickes Kind, das ganze Essen mitnimmst, ey. Das ist jetzt nicht im Ernst. Sag mal, wollt ihr mich verarschen, oder? Weil so ein Mist-Skelett hinter mir spawnt, was ich nicht mehr sehen kann, weil ich keine Aufnahme kommt. Komm, Papp, Alter. Es ist nicht hinter dir gespawnt, es ist bei mir gespawnt und du hast zu dir gelockt, den Abschnittstoff und töten lassen. Ist das dein scheiß Ernst, Alter? Nee, Digga, echt nicht. Also gleich, äh, also, nee. Ich leg hier alles hin. Jetzt reicht's. Von mir ist nix, außer die Axt ist schon mal mir gewesen. Das hatte ich auch im Inventar. Das hatte ich auch im Inventar. Die Axt ist dir gewesen. Also jetzt knallt's ja gleich, oder? Mein lieber Scholli, ey. Das kann's ja wohl nicht sein, dass wir hier einfach nacheinander sterben. Sag mal, ist hier die Pest ausgebrochen, oder was ist jetzt hier los? Jetzt mal ehrlich. Hm, was hast du dazu? Keine Ahnung, strengst du halt mal an. Ich hab ja alles Loot hingeworfen. Guck mal. Streng dich mal an, also jetzt wird's ja frech. Komm mal unten ins Esszimmer, da liegt der ganze Loot. Ich hab mir nur das Schwert genommen. Ja, ich bin auf dem Weg, Alter. Ich muss erst mal den Weg hier aus dem Labyrinth hier unten finden. Ja, jetzt hat der meine dicke Armbrust noch, ey. Das ist meine dicke Armbrust. Ah, nee, die ist dir, stimmt. Meine war weg. Hier, die ist dir, stimmt. Nee, 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 ich hab auch eine im Inventar. Alles gut, das ist schon deine. Ach, hast du auch eine, ja, okay. Was ist das hier für ein Knappchen? Mir war die komische Zauberhose und mein Outfit. Ach, das hier ist auch dir. Die Zauberhose. Das Kettenhemd. Die Zauberhose hab ich auch. Und die Hose hier ist auch dir. Da ist meine Zauberhose, danke. Die ist ja jetzt fast ganz kaputt, du Arschloch. Ja, warum? Du warst die doch die ganze Zeit getragen. Hast du da reingekackt, oder was? Ich hatte ganz viel Fleisch. Wir brauchen jetzt echt mal ein paar Truhen, Alter, um die Scheiße zu lagern, ey. Sonst fährt ich endlich richtig wahnsinnig. Ja, aber gib mir mal einen Hut wieder, hallo. Völlig kirre, ey. Hallo. Wie er sich das einfach alles genommen hat und einfach geht. Du Wichser. Junge, du siehst so dämmerlich aus mit deiner Scheißhose. Du so original, ich laufe weg und du so, hallo, hallo. Darfst du meine Sachen nehmen? Hallo. Guck mal, wie der mit der Abus rumfuchtelt, wie so ein Gestörter hier. Siehst du das? Hallo? Au. Hackt's bei dir? Hä? Hast du mir gerade wegetan? Achso, ja. Hast du mich abgeschmissen eben? Hier ist schon wieder ein Skelett, gell? Ja, welches du jetzt einfach mal präzise nicht zu mir locken wirst. Haben wir uns da verstanden? Weil ich bin gerade von einem Bogen abgeschossen worden, bevor du mich mit dem Dreizeit abgeschossen hast. Echt jetzt? Ich glaub schon. Leuchtein ist dir. Ich hab meine ganzen Sachen nicht mehr im Inventar. Ich hab keine Schaufel mehr. Ich hab gar nichts mehr, Alter. Das fackt übel ab. Du hast mir nur deinen ganzen Scheiß gegeben hier. So, pass mal auf, ja? Das Skelett hat mich umgebracht. Und du sagst mir jetzt, ich würde dir den Kack unterjubeln. Ja. Hackst du, oder was? Was wirst du da jetzt hin? Das ist alles nicht mir. Du hast mein ganz gutes Inventar. Wo ist meine Schaufel? Gib mir meine Schaufel. Ich rieche echt dreckig. Gib mir meine Schaufel, Alter. Hörst du jetzt ernsthaft rum in so einer Drecksschaufel? Das kann doch wohl nicht wahr sein, Alter. Nicht nur meine Schaufel. Mein ganz Inventar war mal voll. Ja, meins auch, oder was? Ich bin öfter gestorben als du. Was mich echt, das ist eigentlich echt traurig. Ist immer so nebenbei gesagt. Ich hör das Monster gar nicht. Also ich hör das Monster, aber ich seh das Monster gar nicht. Ich wollte es eigentlich zu dir locken. Das ist dein Ernst, oder was? Nein. Wir müssen jetzt erstmal hier ein Patron aufstehen. Nein, ich hab geprankt. Wieso hab ich überhaupt zwei Werkbänke, hä? Ja, das eine ist meine. Ja, dann nimm die doch mal. Die hat doch da gelegen gerade. Jetzt warte mal. Ich muss hier erstmal die Kisten aufstehen, damit ich meinen ganzen Kram da reinsortieren kann, ey. Dann kannst du da auch... Reisig. ...unter entspannt. Du sollst aufhören zu schieten. Ich cheate doch gar nicht, Alter. Du bist unser Störber. Ich seh dich auch schon wieder überhaupt nicht. Ich werd bekloppt, ne? Ich werd bekloppt. Was ist denn hier los jetzt wieder, Alter? Ich bin bei dir. Wo? Ja, ich hau dich grad die ganze Zeit. Weiß ich. Ich hör nur diesen Sound, dass jemand mich tothauen will. Aber ich seh keinen. Hast du wieder Unheil bei dir? Guck mal grad. Eigentlich nicht, ne. Oh, ich aber jetzt. Sicher? Da steht Unheil. Nein, da steht kein Unheil. Aber ich bin unsichtbar bei dir, oder? Aua! Jetzt nicht mehr, warte. Jetzt seh ich dich wieder. Hä? Aber gib mir mal mein Fleisch wenigstens wieder. Ich hab kein Fleisch mehr, ich hab für Hunger klart. Kopf ist gebankt, ey. Was? Ja, das ist hier in der Truhe, glaub ich, alles drin, oder wie. Ich hab keine Ahnung. Ja, das Scheißboot auch da raus. Das ist auch deins. Ja, mein Lederner, mein Lederner Roshanisch. 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 Mein Roshanisch war auch mir. Ist das auch dir? Kannst du mir mal ein bisschen Essen abgeben, ey? Ich bin so ein armer Schlucker, ne? Ich muss jetzt erstmal gucken, was hier alles mir war. Ja, guck mal, alles was dir war. Guck mal da oben. Die Bilderrahmen waren auch mir. So, was hatte ich noch? Leder hatte ich neun. Das hatte ich, das hatte ich. Hey, sag mal. Das hatte ich. Ich werd bekloppt, ne? Was denn? Ja, eins stand ich mal hinter dir. Was ist passiert? Ich bin gestorben, auch aus welchem Grund auch immer irgendwie. Ich glaub, das Spiel hasst mich einfach komplett, oder was. Weißi? Ja? Ich muss dir was sagen. Was denn? Ich glaub, das war keine gute Idee hier mit dem Gebäude. Ich weiß es nicht. Meinst du, es liegt an dem Gebäude? Ey, ne Ahnung, ich kann's dir echt nicht sagen, Alter. Das hast du ja immer mit so einer abgefuckten Kacke, wie wir es hier gerade haben. Das macht mich richtig wahnsinnig, ey. Junge, so ne Scheiße hier, Alter. Das ist ja verfluchter als, keine Ahnung, Hexenschloss, ey. Junge, was ist denn alles, was gehört denn dir alles da dir? Du hast die ganze halbe Truhe geplündert, ey. Ich hab das genommen, was mir ist, Penner. Dein scheiß Brot kannst du auch mitnehmen. Das ist das Drecksding. Wo müssen meine Stiefel hin, Alter? Meine Stiefel kannst du auch mitnehmen. Nimm das scheiß Brot und hau ab hier, Alter. Wir müssen uns jetzt mal eben nach suchen, oder? Wieso bist du gerade eben eigentlich gestorben? Lass uns mal. Ich hab eine Idee, was du jetzt machst. Wir erkunden jetzt was Neues, okay? Wir gehen jetzt in den Dschungeltempel. Haben wir uns da verstanden? Ja. Ja, Wolski machen wir so. Machen wir. Yo, mach'n back. Ja. Irgendwas Spannendes muss aber passieren, die Folge über oder was? Ey, es war spannend, aber irgendwie nichts für uns, Alter. Das ist auch die Folterfolge überhaupt. Das stimmt allerdings, Alter, hast du recht. Jetzt regnet das noch, ich werd' bekloppt, ne? Gehen wir in die richtige Richtung hier gerade? Ich muss mal ganz kurz begutachten, den ganzen Kram hier. Weißt du, wie ich mein? Hast du grad Schaden bekommen? Oh ja, wir gehen super... Aua. Folgst du mir? Ja. Ja. Wir gehen jetzt in den heiligen Dschungeltempel, okay? Okay, machen wir. Ist mir egal, ich will einfach nur weg von dem Verzauberten. Ich will einfach nur weg von dem Verzauberten, nein. Das ist mir scheißegal, wo wir hingehen. Wir gehen in die falsche Richtung, ist auch gut. Von welchem Verzauberten? Von dem Verzauberten schlossen. Hast du solche Wahnvorstellungen, oder was ist jetzt los hier? Wir gehen in die falsche Richtung. Irgendwann, in fünf Jahren oder so, erzählst du mir so... Du weißt doch, damals hätt' ich die ganze Zeit nur verarscht. Ich war das. Ich hab dich auch verarscht. Erschteils? Ja. Ich hab's dir gesagt, in irgendeiner Folge werde ich dich trollen. Das hab ich dir von Anfang an gesagt. Aber ich kann's dir ja nicht sagen, das ist deine Reaktion am Arsch, weißt du, wie ich mein? Hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Oder? Ich fand's schon lustig irgendwie. Hat Spaß gemacht, ne? Du warst ein bisschen verwirrt und so ein bisschen und ja, hier und die Story mit dem... ...mit dem Unheil und so hat ganz gut gepasst, ne? Aber jetzt mal ehrlich, dass du von UFOs hier entfühlt wirst, das ist schon ein bisschen peinlich zu glauben, oder? Was meinst du? Kannst du mal wieder was sagen, Alter? Hallo? Ich hab dich doch überhaupt nicht abgeschossen! Doch, du hast mein Herz getroffen. Ich hab dich im Blogspiel hochgenommen und du sagst, das hat mich verletzt. Es war doch eine coole Reaktion, oder nicht? Das war's damit, mit der Aufnahme, mit dem Let's Play. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Es hat sich ziemlich schnell entpuppt, dass Reise einfach mit den Arschlauch ist. Ich hab's von Anfang an angekündigt. Ich wusste es. Ach du Scheiße, hier ist eine Hexe, Alter. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Reise. Was denn? Irgendwie hasse ich dich. Wieso? Ich hab doch gar nichts gemacht. Digga! Ich hatte Angst. Ja, aber es hat sich doch alles für die Klicks, oder was? Ich hab mich sogar in meinem Zimmer umgeschaut. Ich dachte, hier ist jemand. Ich hab jetzt verhofft. Jetzt übertreibst du mal nicht, ne? Du wirst es in den Let's Play sehen. Ich hatte Angst. In deinem Alter müsstest du... Ach du Scheiße, pass auf da! Oh mein Gott, Alter. Oho, den hast du noch weggengestappert, ey. Den jungen Mann. Alter, wär's... Oho. Der, vor dass du im Wasser warst, der wär hochgegangen sonst. Ich dachte schon, hier ist jemand bei mir zu Hause, der mich mit einem Laptop in Minecraft hat und mich gleich umbringt. Also sorry, aber das ist ja jetzt wohl ein bisschen weiter hergeholt, oder? Äh. Du wirst sehen, ich hab mich umgeschaut. Ob ich von irgendwo beobachtet werde. Jetzt hör auf, hier wieder irgendwas zu zaubern. Nein, ich zauberte, ich guck, wo der scheiß Tempel ist hier. Hörst du mal bitte auf? Hör auf. Geh mir mal ein bisschen essen, bitte. Geh mir mal ganz schnell essen. Das hättest du jetzt gern. Mmh, lecker. Ja, dann stell mich halt rein, du musst zu sehen, wo du bleibst. Bitteschön. Ich dachte schon, der gibt mir jetzt eins, der Geld halt. Ich weiß nicht, ich reise, ich bin ja kein Arschloch und kein schlechter Mensch. Ich hätte das nie von dir gedacht, der schreibt sich als vor der menschlichen Seite aus, aber ich bin ganz anders. Anders eingeschätzt. Ich hab dich nur verarscht in einem Spiel, übertreib mal nicht, Alter. Digga, ich erb dich. Wenn ich jemals mit den Let's Plays Geld verdiene, bekommst du einfach nix. Nö, das, nö, das hätt ich auch überhaupt nicht verlangt. Du wirst doch niemals bekommen. Ja, siehst du. Da hätt mich die Sache ja schnell geklärt. Du fragst dich, wieso du in die Mod würdest oder VIP. Genau deswegen, weil du einfach menschlich gesehen abschauen bist. Von Mod war nie die Frille, von Mod war nie die Frille. Komm hier nicht mal hoch. Von Mod war nie die Rede hier. Braucht man VIP, brauche ich mal endlich, ja, ja. Du kriegst gar nix mehr. Kannst du wohl sagen, ist das so spannend. Hat die Aktion. Das akzeptiert, ja, das akzeptiere ich.